Hey Kinder, was geht bei euch? Willkommen zum heutigen CSGO-Video mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar gibt es von Skinbaron wieder ein kleines Geschenk. Dieses Mal sind es wie gewünscht Gloves geworden, und zwar die Driver Gloves Racing Green. Die sind aktuell noch auf meinem Skinbaron-Konto, aber in, ich glaube, 50 Stunden oder sowas kann ich die rüber trüdeln. Die gibt es only auf Twitch. Der Stream läuft heute ab 18 Uhr. Wir streamen jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Neben diesen Gloves als Geschenk gibt es natürlich auch noch Giveaways, die ganz normal mitlaufen, die wir halt in jedem Stream haben. Ihr kennt die Sache ja, zwei Skins, ein Graffiti und ein Sticker. Diese Vierer-Giveaways gibt es, wie gesagt, in jedem Stream. Das heißt, man kann jede Woche zwölf Dinge gewinnen, oder es gibt zwölf Gewinner, die halt irgendwas gewinnen können. Von daher lohnt es sich mal reinzuschauen, zumindest für die, die halt noch nie da waren. Die meisten sind immer ziemlich begeistert, wenn sie dann da sind. Ihr seht es ja auch in den Highlights, dass wir da ziemlich viel Spaß haben. Wir sind da immer ziemlich hart am Reinreißen. Und ja, heute geht es auch wieder weiter, wie gesagt, um 18 Uhr. Wir fangen wieder mit CSGO an, also Low Game, High Game und dann noch irgendwas Schnuckeliges hinten dran. Dann vielleicht noch wieder Apex. Und direkt für die, die fragen, ob es interne 5 und 5 gibt, ja, die gibt es auch. Die sind aber freitags immer. Die sind nach dem Matchmaking finden die Stadt 1 oder 2, je nachdem, wie viele halt da sind. Die letzten paar Wochen waren es immer 2, damit wir halt wirklich einen Großteil von den Leuten abdecken können, die spielen wollen. Aber da wir freitags immer erst um 22 Uhr anfangen, ist der Andrang da halt auch nicht so groß. Das heißt, wenn man da dann am Start ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen, bei 80, 90 Prozent, dass man da in diesen internen Spielen mit am Start ist. Im Hintergrund seht ihr wieder ein Arms Race. Das war, glaube ich, bis jetzt mein schnellstes Arms Race mit 3 Minuten 40 oder irgendwas. Nicht übel. Ich habe noch zwei weitere aufgenommen für die Zukunft, weil immer wenn ich sie dann dringend brauche, um hier ein Giveaway halt aufzunehmen oder um, die mache ich ja auch oft, wenn ich Tutorials mache, beziehungsweise wenn ich Podcasts mache, laufen die im Hintergrund. Und wenn ich dann dringend eins brauche, dann kriege ich es nicht geschissen. Und gerade heute hatte ich einen schönen Lauf und da dachte ich, komm, machen wir noch zwei. Ihr wisst ja, dass ich der Wert auf den Sieg lege. Und ja, beim letzten Podcast habe ich ziemlich lange gebraucht. Ich habe zehn gespielt und dann davon drei gewonnen oder sowas. Und der Rest war einfach so ärgerliche Kacke. Man schießt jemanden down, also fast down und dann wird er gekillt. Und das passiert ja dreimal oder viermal in einem Versuch und dann wirst du erschossen. Und das passiert dann wiederum öfter. Ultra-Tilt. Vor allem, wenn man einen geilen Vorsprung von fünf oder sechs Waffen hatte und dann holen die ganzen Dödel auf. Die eigentlich, wenn du nicht ausgebremst wären würdest, halt hinten bleiben würden. Aber naja, aber so ist es halt im Arms Race Leben. Ist trotzdem immer noch mein liebster Fun-Mode. Deathmatch ist auch nicht schlecht, aber ich spiele Deathmatch nicht so gerne. Vor allem dauert es meistens länger, glaube ich. Ich glaube, Deathmatch dauert ein bisschen länger, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Diese Verschenkung der Handschuhe gibt es, wie gesagt, nur auf Twitch. Auch diese drei Giveaways die Woche gibt es halt immer nur in den Livestreams. Wir haben in den Livestreams eine Stream-Währung, und zwar die Bubble-Dollar. Und mit diesen Bubble-Dollern, die ihr automatisch sammelt, könnt ihr an Giveaways teilnehmen. Da könnt ihr gamblen, ob wir gewinnen oder verlieren bei Matchmaking spielen. Da könnt ihr euch gegenseitig bekämpfen und euch die Bubble-Dollar abziehen. Ihr könnt einiges damit machen. Es lohnt sich also, sie zu sammeln. Und die kommen von ganz alleine, wenn ihr den Stream offen habt einfach. Wenn ihr auch was schreibt in den Chat, dann bekommt ihr auch noch mal ein bisschen mehr. Den Stream einfach laufen zu lassen, bringt euch aber auch 5 Bubble-Dollar alle 5 Minuten. Ja, soweit. So gut. Ich mache mich jetzt ready für den Stream. Und dann sehen wir uns gleich, gell? Mwah!